Freunde, heute werde ich zusammen mit Maurice, Joy und Olli Köln unsicher machen. Maurice, Joy hat mich gerade geboxt, hast du es gesehen? Oh, ein Ferrari! Digga, sieht der geil aus. Schieb, 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 schieb. Das kann nicht wahr sein. Was soll das? Wir darf mal nicht mit dem Motorrad fahren. Du machst einen Wheelie. Ich kann einen Wheelie machen. Du machst einen. Okay. Dass du ein Stück vom Kennzeichen verloren da bist. Nein, Digga! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Olli, Maurice und... Und Joy. Wem ist ihr... Maurice macht immer so. Ist euch das mal aufgefallen? Hallo Freunde, was geht? Okay Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Das lange sehnte Video mit... Dein Dings hier, das liegt ja voll über dem Bauch. Das kann ja gar nicht runterholen. Ich mache jetzt ja das Plauze. Du meinst meine Muskeln. Ich habe jetzt noch nie so Muskeln gesehen, aber wie auch immer. Fühl, Box rein. Ja, da habe ich. Volle Kanone. Boah, aber du musst treffen. Wo denn? Ja, hier. Maurice, Joy hat mich gerade geboxt, hast du es gesehen? Sehr gut, weitermachen. Freundschaft beendet. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ach du Scheiße. Mein Motorrad. Junge, Olli dreht komplett am Rad. Deine ganze Karre ist voller Konfetti. Kognitive Störungen. Ich mache jetzt ein Circle hier um die zwei. Digga, ich habe doch gesagt, mal ein Circle um die zwei. Ist doch nichts passiert. Ja, fahr mich rein. Oh mein Gott, Digga. Ich hoffe, ich bleibe nicht stehen, Jungs. Ich hoffe, ich kann oder was? Ich bin voll, ja. Ich schiebe nicht. Voll schieb. Mit den langen Beinen. Einmal ausfahren, zack, ran an die Möhre und dann läuft der Hase. Ich kann dich nicht anschieben, weil ich nicht so lange Beine habe. Ich muss dann so sitzen. Junge, das sieht ja so behindert aus. Ja, okay, komm. Also, wenn du liegen bleibst, ich opfer mich. Auf Ehrenbruderbasis mache ich. Du Untermensch. Komm mal ran hier, Joy. Ich wollte nur mal deinen tollen Zipper begutachten, weil die ist ja sehr kalt bei 27 Grad im Schatten. Ich bin dir ehrlich, ich will noch am liebsten noch eine Jacke anhaben. Was ist denn los mit dir? Das Leben ohne Testosteron. Ja. Ich wusste, dass ich den anziehen musste. Ich wusste es und ihr die ganze Zeit, zieh den jetzt aus, zieh den jetzt aus. In der Stadt, du wirst sterben. Wett nicht. Dir wird die Suppe am Arsch runterlaufen. Bullshit. Deine Frau zieht dich aus für eine Louis Louis Louis. Joy, Olli, wink mal in die Kamera hier. Das ist für meine Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama, uns geht's gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir sind mit der Club Motorrad fahren. Und wir haben auch unsere Schutzkleidung an. Lüge, Lüge, Lüge. Wo geht's heute hin? In mich rein. Du Schwein. Wo geht's heute hin? Wo ist der Sinn? Können wir bitte los? Ich krieg hier auch keine Konversation zustande mit Maurice. Einfach der Depressive. Rückenschmerzen. Könntest du mal meinen Rücken massieren, David? Oh, geil. Oh, ja. Oh, oh. Der ist wirklich geknackt. Das war geil. David, der Masseur einfach. Ich habe schon oft Feedback bekommen, dass ich echt gut massieren kann. Auf dem gedeckten Tisch, wenn sie schreit, ich liebe dich. Oh, guck mal, der Hund kackt. Ich sehe das gerade. Ich will es aufnehmen. Oh, nein. Pass auf, da kommt ein Radfahrer, Alter. Der boxt euch gleich weg. Hallo. Willst du jemanden grüßen? Ich habe auch ein Motorrad. Hast du auch ein Motorrad? Mach mal Wheelie. Geiler Typ, ey. Hallo Marokkaner. Hallo Marokkaner. Jawohl. Geil, Alter. Oh, ein Ferrari. Alter. Digga, sieht der geil aus. Mein Lieber, was geht? Ist das ein 488 Pista? Aber hinten Heck hast du was gemacht, oder? Ey, es sieht so krank aus. Sehr schönes Auto. Schönes Wochenende euch. Schieb, 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 schieb. Kannst du mal deinen schönsten Blick raushauen? Okay, warte. Das habe ich nicht kommen sehen, muss ich sagen. Auch nochmal. Streng dich an. Also Joy, du willst jetzt mal eine super Moto fahren? Ja. In jedem Video, was du drehst, ziehe ich dir deine super Moto ab. Sag dir einfach, dass du die geil findest. Correcto. Correcto. Oh mein Gott, Joy. Energie war dahinter. Ja, oder? Gefühl auch. Emotion. Jetzt gucken wir mal, wie das mit Maurice ist. Das steht dir irgendwie nicht, aber es passt zum Helm jetzt mal endlich. Joy, findest du mich cool? Drei von zehn. Drei von zehn? Willst du mich verarschen? Okay, warte. Also Gesamtpaket? Ja. Zehn von zehn, wegen dem Tourer. Oh, ich wusste, dass du das sagst. So schlecht. Krank, oder? Das sind Frauen, Alter. Die demolieren dein Selbstbewusstsein als Mann. Wirklich bis nichts mehr geht. Unterirdisch. Dann haut man nochmal drauf. Oh, Junge, ich hab mich so erschrocken. Aber ich bin auf die Uhr gefahren. Was hat das für ein scheiß Problem? Oh, Schrocken! Junge, Shots feiert, Alter. Ich hab mich so erschrocken. Ist ein Sicherheitsrisiko, wenn du beim Fahren nicht auf den Boden kommst. Das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Also jetzt streck ich dir aus. Das kann nicht sein. Wie so ein kleines Kind einfach. Was? Genau, wie du schwingen kannst. Weil ich halt nicht auf den Boden komme. Oh, links ist ja richtig geil. Und Springsprungen. Ich will mich da reinstellen. Ja, mach. Okay, ich will mich da rein. Hast du deine Anfälle schon mal untersucht, Rass? Bei mir ist alles super. Bei euch. Maurice ist auch extrem motiviert. Langsam mach ich mir echt Sorgen um Maurice. Ist alles gut. Hier ist alles super. Oh mein Gott, Digga. Ich bin mal rausgerutscht. Please don't go to you. Ich bekomme das. Und wie war euer Tag so? Wir fahren hier nicht. Weil hier darf man ja nicht fahren. Wir sind ja anständig. Illegal, legal, legal. Ich sehe den Blitzer schon vom Weitem und drücke extra aufs Gaspedal. Wir haben geschoben, mein Lieber. Drauf hier setzt und dann rollt die bewegte Masse Richtung Springsebrunnen, weißt du? Zick, zack, bumm, bang. Geht steil, geht geil. Peace out. Danke, schönes Wochenende dir. Was macht denn Joy jetzt hier? Jetzt wird dir geholfen. Oh nein. Dankeschön. Es fühlt sich so ekelhaft an, dass ich komplett nass bin. Aber du kennst dich doch aus mit feuchten Angelegenheiten, ne? Oh, weißt du das? Ja, ja, ja. Kleiner Schlingel, du. Ah. Ich hab so gute Laune wegen dir. Echt? Ja. Es bringt so über. Also Maurice hat mich gerade ein bisschen runtergezogen, als ich wieder... ...apper, weißt du? Du machst einen Wheelie. Ich muss da einen Wheelie machen. Du machst einen. Okay. Kennzeichenschleifer. Ja. Wir haben jetzt gerade eine kleine Wurst gegessen und jetzt wird hier mal ein Wheelie rausgeschallert. Was geht ab? Alles klar? Ja. Normal. Ich fühle das hier gerade sehr. Gib mir so ein bisschen America-Vibes. Das geht hier ab, Digga. Ja, geil, ey. Das ist ein Stück vom Kennzeichen verloren, David. Nein, Digga. Oh nein, Bruder. Scheiße. Jetzt hab ich ein Problem. Wenn mich so die Cops sehen, Alter. Hat einer Tesafilm dabei oder so? Du hast doch ab. Junge, du rettest mir gerade den Abend. Ohne Scheiß. Geil. Wie ist dein Name? Leon. Leon Ehrenmann. So, dann fixen wir das Kennzeichen mal wieder. So. Was für ein neues Kennzeichen, Digga. Einfach Panzerband. Easy. Es geht ab. Kannst du das nochmal machen? Ich hab's nicht gesehen, Digga. Ach, du Scheiße, Junge. Was geht denn jetzt hier ab? Also, ich stehe hier auf jeden Fall am beschissensten. Oh, was? Junge, der hat fast meinen Schuh gefickt. Holy Shit, Mann. Boah. Digga. Ey, du bist Killer. Ohne Scheiß. Wie alt bist du? 13. Hast du Instagram? Ja. Mach mal Shoutout. O-W-Punkt-S-Drei-B-Y. Oh, ich hör schon die Sirenen, Digga. Der war so schön. Applaus für Olli. Ich bin ein Schwein. Junge, krank, Alter. Wir starten einfach den nächsten Rideout hier. Mach weiter so. Cool.